Hallo, herzlich willkommen zu Monster Mami's, dem Videoblog der VRM und der Kinderzeitung Kruscheln. Ich habe mich heute mal in die Hängematte gelegt, weil es soll ja auch darum gehen, ja was kann man machen, wenn man eigentlich einen Urlaub gebucht hatte und den aber stornieren mussten. So ging es uns zumindest. Wir wollten an den Gardasee und haben da aber schon vor relativ langer Zeit dann storniert. Und jetzt gucken wir, wir haben alle ein bisschen Urlaub ab nächster Woche, schauen mal wie wir das so gestalten. Und ich habe da ein paar Ideen, vielleicht habt ihr da ja auch Lust drauf. Wir haben beschlossen, dass wir unser Zelt aufstellen im Garten. Die Kinder dürfen dann mit Taschenlampe bewaffnet in den Zelten schlafen und wir machen hier ein bisschen das Campingfeeling, das wir eigentlich in Italien gehabt hätten. Dann haben wir überlegt, dass jedes Familienmitglied einen Hoteltag bekommt. Das heißt, er muss von morgens bis abends überhaupt nichts schaffen. Der wird bedient, der kriegt das Abendessen serviert und das Mittagessen. Also es ist mit Vollpension, vielleicht sogar All-Inclusive. Das wollten wir machen und ansonsten, wenn das Wetter so bleibt, glaube ich, ist es mit viel Urlaubsfeeling verbunden, diese Tage, die wir da jetzt vor uns haben. Aber zumindest sind das schon mal schöne Ideen. Jeder hat ein paar neue Bücher bekommen, sodass wir da ein bisschen schmökern können in der Hängematte und einfach die Sonne genießen. Und so versuchen wir uns ein Stück Italien dann hier nach Rheinhessen zu holen. Und ja, ich hoffe, auch ihr könnt die Tage so ein bisschen wenigstens genießen und habt auch eine Möglichkeit, euch so ein bisschen Entspanntheit nach Hause zu holen. Dann melde ich mich morgen wieder mit einem neuen Thema. Bis dann, bleibt gesund und bleibt entspannt. Tschüss!